Lebenslauf Später erfuhr ich, dass es ein Freitag war, da ich herausfuhr, schreiend aus meinem Sarg, aus meiner Mutter. Zwischen meiner verräterischen Geburt, besiegelt von Öl und Wasser und Salz und meinem eingeborenen Tod, in dieser langen Weile zwischen Freitag und Aberfreitag ward ich geimpft und gefirmt und gemustert. Für Glück galt das lackierte Gesicht der Gewalt. Einmal im Jahr hat der Schnee gewechselt. Mein Totenhemd tauschte ich täglich. Ich habe die vier Striche des Himmels bemerkt. Meine Worte sind davongefahren auf einem Wind. Kein Ruhm, kein Feuer hat mich verzehrt. Abends ist meine Leber schwer wie ein Feldstein. Und wenn es Freitag wird, höre ich ein Geschrei, als schriee ich in meinem weißen Hemd, wie vor langer Weile, zur Stunde meiner Geburt. Dann schlafe ich mürrisch ein und denke, das geht mich nichts an. Wenn es sein Lebenslauf wäre, dann möchte ich nicht mit Hans Magnus Enzensberger tauschen. Aber Enzensberger hat dieses Gedicht Lebenslauf genannt und nicht mein Lebenslauf. Und so will ich hoffen, dass er mal wieder das unzulängliche Leben der anderen meinte. Einen der Hochgelobten, der weithin bekannten Dichter und Denker der Nachkriegszeit und der westdeutschen Zeit nachbrecht, will ich Ihnen nun vorstellen. Soll der Geier Vergissmein nicht fressen? Was verlangt Ihr vom Schakal? Dass er sich heute vom Wolf? Soll er sich selber ziehen die Zähne? Was gefällt Euch nicht an Politrucks und an Päpsten? Was guckt Ihr blöd aus der Wäsche auf den verlogenen Bildschirm? Wer näht denn dem General den Blutstreif an seine Hose? Wer zerlegt vor dem Wucherer den Kapaun? Wer hängt sie stolz, das Blechkreuz vor den knurrenden Nabel? Wer nimmt das Trinkgeld, den Silberling, den Schweigepfennig? Es gibt viel Bestohlene, wenig Diebe. Wer applaudiert Ihnen denn? Wer steckt die Abzeichen an? Wer lächzt nach der Lüge? Seht in den Spiegel! Feig! Scheuend die Mühsal der Wahrheit, dem Lernen abgeneigt, Das Denken überantwortend den Wölfen? Der Nasenring, Euer teuerster Schmuck, Keine Täuschung zu dumm, kein Trost zu billig, Jede Erpressung ist für Euch noch zu milde. Ihr Lämmer! Schwestern sind mit Euch verglichen die Krähen, Ihr blendet einer den anderen! Brüderlichkeit herrscht unter den Wölfen! Sie gehen in Rudeln! Hans Magnus Enzensberger, 1929 geboren, ist in Nürnberg aufgewachsen, hat Geisteswissenschaften studiert, über Clemens Brentano promoviert und war anschließend zwei Jahre Rundfunkredakteur beim SDR in Stuttgart. Von 1957, seinem 28. Lebensjahr, bis zu seinem 38. Lebensjahr, 1967 lebte er mit seiner Familie, Enzensberger ist mit einer Norwegerin verheiratet, mehr im Ausland als daheim. USA, Mexiko, Norwegen, Italien, UdSSR, Südamerika sind die Länder, in denen er sich aufhält. Aber auch anschließend nach seiner zweiten Heirat mit der Enkelin des russischen Dichters Fadeyev ist Enzensberger unterwegs. Als Dozent in den USA, als Reisender im fernen Osten und als Langzeitbeobachter in Kuba. Sein deutscher Wohnsitz ist West-Berlin. Die 68er-Zeit beginnt. Die Scheiße Immerzu höre ich von ihr reden, als wär sie an allem schuld. Seht nur, wie sanft und bescheiden sie unter uns Platz nimmt. Warum besudeln wir denn ihren guten Namen und leihen ihn dem Präsidenten der USA, den Bullen, dem Krieg und dem Kapitalismus? Wie vergänglich sie ist und das, was wir nach ihr nennen, wie dauerhaft. Sie, die Nachgiebige, führen wir auf der Zunge und meinen, die Ausbeuter. Sie, die wir ausgedrückt haben, soll nun auch noch ausdrücken unsere Wut. Hat sie uns nicht erleichtert? Von weicher Beschaffenheit und eigentümlich gewaltlos ist sie von allen Werken des Menschen vermutlich das Friedlichste. Was hat sie uns nur getan? Hans Magnus Enzensberger gründet in West-Berlin die Zeitschrift Kursbuch, die durch die Zeitläufe bedingt sich immer mehr zu einer politischen Zeitschrift entwickelt. Enzensberger wird preiswürdig. Man zerreißt sich pro und contra über ihn die Mäuler. Hans-Egon Holthusen geifert, Bürgerschreck, rabiater Randalierer, schäumender Hassprediger. Und Alfred Anders jubelt, endlich, endlich ist unter uns der zornige junge Mann erschienen. Die diversen Seelen in meiner Brust sind weltpolitisch nicht von Interesse. Die moralische Aufrüstung von links kann mir gestohlen bleiben. Ich bin kein Idealist. Bekenntnissen ziehe ich Argumente vor. Zweifel sind mir lieber als Sentiments. Revolutionäres Geschwätz ist mir verhasst. Widerspruchsfreie Weltbilder brauche ich nicht. Im Zweifelsfall entscheidet die Wirklichkeit. Ins Lesebuch für die Oberstufe Lies keine Oden, mein Sohn. Lies die Fahrpläne. Sie sind genauer. Roll die Seekarten auf, ehe es zu spät ist. Sei wachsam. Sing nicht. Der Tag kommt, wo sie wieder Listen ans Tor schlagen und malen den Neinsagern auf die Brust zinken. Lern unerkannt gehen. Lern mehr als ich. Das Viertel wechseln. Den Pass. Das Gesicht. Versteh dich auf den kleinen Verrat. Die tägliche schmutzige Rettung. Nützlich sind die Entzüglichen zum Feuer anzünden. Die Manifeste, Butter einzuwickeln und Salz für die Wehrlosen. Wut und Geduld sind nötig. In die Lungen der Macht zu blasen, den feinen, tödlichen Staub. Gemahlen von denen, die viel gelernt haben. Die genau sind. Von dir. Und so entwickelt sich Enzensberger, der mittlerweile die andere Bibliothek herausgibt, Theaterstücke übersetzt, nachdichtet, bearbeitet, zum einsamen Gott. zum zynischen Ben-Nachfolger. Bleibt zu hoffen, dass am Ende nicht noch einmal Nietzsche stehen wird. Über die Schwierigkeiten der Umerziehung. Einfach vortrefflich all diese großen Pläne. Das goldene Zeitalter, das Reich Gottes auf Erden, das Absterben des Staates. Durchaus einleuchtend. Wenn nur die Leute nicht wären, immer und überall stören die Leute. Alles bringen sie durcheinander. Wenn es um die Befreiung der Menschheit geht, laufen sie zum Friseur. Statt begeistert hinter der Vorhut herzutrippeln, sagen sie, jetzt wäre ein Biergut. Statt um die gerechte Sache kämpfen sie mit Krampfadern und mit Masern. Im entscheidenden Augenblick suchen sie einen Briefkasten oder ein Bett. Kurz bevor das Millennium anbricht, kochen sie Windeln. An den Leuten scheitert eben alles. Mit denen ist kein Staat zu machen. Ein Sack Flöhe ist nichts dagegen. Kleinbürgerliche Schwanken, Konsumidioten, Überreste der Vergangenheit. Man kann sie doch nicht alle umbringen. Man kann doch nicht den ganzen Tag auf sie einreden. Ja, wenn die Leute nicht wären, dann sähe die Sache schon anders aus. Ja, wenn die Leute nicht wären, dann ging's ruckzuck. Ja, wenn die Leute nicht wären, ja, dann, dann möchte auch ich hier nicht weiter stören.